ja hallo liebe golfer mein name ist frank rollinger ich bin golfmethodenentwickler ich komme gerade von der 80 80 golf medical coach golf physio coach fortbildung das ist natürlich extrem viel und da sind wir besonders stolz darauf dass wir das so gut hinbekommen haben und ich erinnere mich doch an die anfangszeiten da haben wir viele referenten gehabt und da haben wir auch viel gelernt also ich habe es gerade gesagt ich habe ungefähr an 2500 stunden medizinischer fortbildung teilgenommen was golf in verbindung mit biomechanik angeht und wir haben oder ich persönlich habe sehr viel da eingebracht weil wir ja eine methode entwickelt haben die strukturiert ist und dann kann man zwischen der biomechanik und den kernprinzipien der bewegungen und den kraftvektoren also der unterschiedliche bewegungsvektoren kann man ein verhältnis herstellen und das hat natürlich den vorteil dass man bewegungen gelenke bewerten kann und zwar anatomisch bewerten kann und da wurde ja unsere methode core balance free release mehrfach wissenschaftlich als gesund und das bedeutet dann zusammen mit stoffwechsel training gesundheits fördern bewertet das ist das spannende und ja ich erinnere mich noch gerne an die 50 fortbildung die war ja auf mallorca mit vielen vielen guten teilnehmern das hat mir sehr sehr gut gefallen und dort hat man uns oder der doktor heuberer hat uns auch mit einem video statement erklärt dass unsere biomechanik im bereich schulterarm schulterkapselgelenk auch gesund ist und die alte methode eben nicht weil hier erstens mal ganz komische definitionen sind aber oder gar keine definition aber man sieht es ja auch die tour spieler oder die top spieler legen ihren linken oberarm als rechtshänder sehr dicht am oberkörper an und dann erzeugt man schulterkapselrisse oder beschädigungen und das ist bei uns nicht weil bei uns hat die schulter und der linke arm gestreckt einen winkel von 45 grad und das ist laut schulter experten unbedenklich gibt es ein video dazu kann man bei uns finden und das ist also auch spannend also so sachen sind da entstanden bei den golf medical coach fortbildungen ja dann natürlich sind sich alle die daran teilgenommen haben einig das hohlkreuz also das ableiten der überschüssigen kraft in der phase in der endphase des golfschwungs quetscht die bandscheiben ein belastet die querfortsätze der wirbel wo alle sich auch einig sind dass seitliches abknicken der wirbelsäule genauso schädlich ist und man sieht es ja das führt zu bandscheibenvorfällen oder wirbelbrüchen wirbelbrüchen führen dann zu gleitwirbel ja also da sind sich alle einig das ist also die fachwelt und das baut auch auf auf wissenschaftlichen papers und es baut auf auf den fachbüchern die zur fortbildung von fachärzten der orthopädie herangezogen worden sind also ich kann mir nicht vorstellen dass irgendjemand in der orthopädie egal was für der position dass er hat dass er sagt hohlkreuzen seitiges abknicken die witz rausschlagen valgus varus oder supination also überdehnen von gelenken oder scherkräfte gesund sind dann haben wir unfassbar auch viel gelernt dass die wissenschaft im golf ist eigentlich ganz aktiv und da gibt es eine wissenschafts datenbank die heißt pubmed und wenn sie dort golf verletzungen eingeben dann poppen fast 700 fachpapier zu golf verletzungen auf mein da sind manche die sagen man kann gelenksbelastung durch muskelaufbau vermindern das stimmt aber nicht das hat schon kies kleven erkannt das war der physio vom tiger in las vegas der gesagt hat je mehr muskeln dass wir aufgebaut haben je höher war die belastung auf die gelenke also bei uns aus unserer biomechanik wurde dann ein ganz ich sage immer benchmark athletik training entwickelt welches vor allem zielgerichtet ist also wir trainieren weniger den dritte den bizeps weil der bizeps also ein facharzt orthopädi hat man gesagt den kann man eigentlich im golf abschneiden den braucht man nicht also verwasserlichen dann trainieren wir trainieren ganz gezielt muskulatur bis das was wir wollen in der performance also ich sage jetzt mal mit dem pitch 83 meilen zu schwingen erreicht ist ja jetzt habe ich war also was wir auch gelernt haben in diesen jahren ist das sei jetzt mal dieses verhältnis zwischen biomechanik also der und der schläger geometrie ist im alten system überhaupt nicht möglich also ich bewundere klappt wieder wie die im prinzip sich da anstrengen dieses loch der koordinate zu überspringen also ich sag mal wenn jetzt tiger ich habe das ja 1000 mal gemessen becken oberkörperwinkel von 25 grad hat was hat er dann für einen leihenkel also das ist spannend also der schlägerbau begeistert mich kolossal und das ist spannend also wir haben ja einen ganz anderen becken oberkörperwinkel wie tiger deswegen verletzt man sich bei uns ja auch nicht so wissenschaftlich mehrfach bestätigt und dann kann man auf diesen becken oberkörperwinkel einen leihenkel machen also was haben wir auch gelernt dadurch in dieser zeit dass die ballposition ja für die eise nicht ganz unwichtig ist also im alten system ist der ball in der mitte in unserem system ist das schläger in der mitte weil wenn der schläger in der mitte ist dann die bewegung findet ja auf einem kreis oder oval statt ist immer am tiefsten punkt die höchste schlägerkopfgeschwindigkeit und im alten system ist diese höchste schlägerkopfgeschwindigkeit im boden drin bei uns wir streicheln sanft das gras und dadurch haben wir viel bessere energieübertragung und was für mich ganz wichtig ist wir haben keine die witz bei core balance free release weil die witz raushaben und das ist auch wieder golf medical coach schädigt das handgelenk ellbogen ja also jetzt und natürlich auch die schulter und die wirbelsäule bei uns gibt es also keine die witz das ist der das große bild von free release weil free release bedeutet schwingen ohne auf widerstände im körper zu stoßen und da muss ich natürlich was tun dann haben wir sehr gut herausgearbeitet dass unsere methode die rotationsachsen synchronisiert und dadurch keine schärkräfte entstehen wenn also der jim mclean in amerika hat ja zum buch veröffentlicht x faktor also wenn wenn jetzt wenn jetzt die schulter schneller dreht wie das becken dann entsteht ein sogenannter x faktor damit werden bandscheiben abgedreht und die wirbelsäule wird extrem belastet also solche sachen haben wir da entwickelt und das halte ich für extrem spannend ja also die achtzigste golf medical coach golf physio coach fortbildung und bei den physiotherapeuten ist es auch so da ist es auch extrem wichtig sagen mal dass die therapieren und das machen die hervorragend und jetzt geht es aber her und empfiehlt eine pathologische methode also schärkräfte 400 prozent vom eigenen körpergewicht und bei uns ist es halt so unsere physiotherapeuten bauen auf einer gesunden biomechanik auf und das größte sei es mal der größte punkt in gesund geholfen sind natürlich die kinder weil die kinder werden geopfert ja also da wird hohlkreuz trainiert da werden scherkräfte trainiert da werden subinationen trainiert und da entstehen dann schon mikrotraumen und strukturelle verletzungen jetzt kann man sich natürlich an kleinigkeiten festhalten haarspalterei betreiben aber das große und ganze ändert das nicht du wirst niemand finden der fachlich anatomisch eine ahnung hat und der hierher geht und sagt mensch schärkräfte hohlkreuz subinationen ist gesund da wirst du niemand finden und jetzt kommen das haben wir auch gelernt dass sportwissenschaftler hier sehr viele sehr schlampig unterwegs sind warum und auch wissenschaftliche fachpapier manche da sitzt sind ja einige bezahlte fachpapier nach südafrika verlegt weil die keine ethische prüfung haben von den veröffentlichungen die sie machen das muss man sich mal vorstellen also schwierig also der ist extrem schwierig naja dann haben wir jetzt gutachten ausarbeiten lassen von fachärzten der orthopädie dass die alte methode pathologisch ist dann haben wir das strafrechtsexperten gezeigt und die haben sich das angeschaut also da wo gibt's gutachten das golf gefährlicher ist der alten methode wie rugby oder dass die schärkräfte brutal sind oder wie jetzt 400 prozent oder dass ich 62 prozent aller golfer verletzen das ist also hat nichts mehr mit wahrscheinlichkeit zu tun da kann man sagen wer golf spielt nach der alten methode versetzt verletzt sich fast sicher weil es werden ja nicht nur schmerzhafte verletzungen zugefügt sondern auch mikrotraumen und das ist natürlich entscheidend und dann ist unterricht nach der alten schermethode vorsätzliche körperverletzungen und vor allem bei kindern die werden verheizt und jetzt haben wir natürlich in deutschland große golf anlagen und die verbieten sag jetzt mal gesundes golf sondern wenn du das nicht machst dann fällst du aus dem förderprogramm raus ok muss man so in kauf nehmen es geht also auch in dem bereich nicht freiwillig mein im golf geht überhaupt nichts freiwillig ja also st andrews musste auf druck vom von vom staat frauen aufnehmen das ist also der spannende bereich ja also von der seite aus ganz interessant die 80ste golf medical coach fortbildung und ich denke wir haben noch viele vor uns und da geht mir natürlich das herz auf auch bei den physiotherapeuten weil das sind ja leute die haben von anatomie ahnung und wir haben jetzt einen ganz herausragenden schüler der hat dann auch gesagt frank also für mich ist golfs größte ich schaue mir natürlich dann auch mal an was der wettbewerber macht und der ist erschrocken zu uns gekommen und hat gesagt die verzählen ja nur käse die verzählen ja pathologische prozessabläufe die haben nichts sagt er wo belegen kann der scherkräfte holkreuz über denen der schulter subinationen valgus varus dass das gesund ist die haben nichts und dann gibt es natürlich so einzel experten die bilden auf ihrer webpage bilder mit professoren der orthopädie ab gehen aber auf diese punkte die ich gerade aufgeführt habe überhaupt nicht ein und verwenden dann die abdrücke von irgendwelchen revolver plättchen die dann sich dafür bezahlt hergeben dass sie so ein müll abdruck also ich habe es heute morgen einem geschrieben da gibt es ja viele kooperationen zum beispiel im dgv und da sitzt einer hier in karlsruhe und er macht da eine kooperation muss er natürlich geld dafür bezahlen sonst kriegt er das nicht und da spricht dann der dgv von vertrauen da bin ich ja ganz beim dgv wir brauchen vertrauen wir brauchen glaubwürdigkeit jetzt ist es aber so dass der deutsche golferband einen professor riedmüller selbst beauftragt hat ich habe es nicht beauftragt und der hatte die aufgabe zu erforschen warum gold so ein schlechtes image hat und dann hat er ich mache es mal ganz kurz analysiert weil die verbände unglaubwürdige durchschaubare marketing botschaften aussetzen erste wahrheit zweite wahrheit zweite wahrheit ist unwahr also eine lüge und das hält so viele leute vom golfsport ab also all diese sachen sind da erarbeitet worden und heute sind wir beschäftigen wir uns sehr viel mit lernfortschritt und da stellen wir fest wenn du keine ausgangswerte hast ja wenn du fehlerquote selbst bei top spielern von 40 prozent im schnitt hast kann man nachlesen bei pga tour oder bei amateuren kann ich mal sagen da gehen wir fast bis 100 prozent fehlerquote dann ist es so dann habe ich im alten system ganz also dann ist ein lernfortschritt eigentlich unmöglich weil ich ja keine ausgangsposition habe was lerne ich denn definiert doch mal wir haben ja eine golf pisa studie gemacht mit fast 2000 erhebungen ich kann sie schon gar nicht mehr zählen und das ergebnis ist die golfer nach dem alten system dürfen und können nicht wissen was wann wohin wie weit wie schnell in welcher reihenfolge mit welchem tempo sie sich bewegen sollen das ist also dass die alte didaktik ist so topf schlagen vormachen nachmachen wir sagen auch dazu deppendidaktik oder tiger woods voll 30 verletzungsdidaktik also eine didaktik die in die verletzung hineinführt und das ist natürlich eine katastrophe deswegen sind auch so viele frustriert und weil sie halt da in dem bereich erfolglos bin bei uns ist der bewegungsablauf schriftlich und räumlich also 3d mindestens 2d mindestens im setup definieren und das hat natürlich den vorteil dass ich diesen code also da gibt es drei oder vier individuelle koordinaten deswegen ist das erste training immer ein face to face training und das muss ich in den kopf programmieren und das können wir da haben wir den coentwickler professor dr hans evers becher bei uns gehabt einem psychologe und der hat uns vermittelt auch steht in seinen büchern ist kein geheimnis wie man diesen einen code in den kopf programmiert so dass der kopf über die nerven an die muskeln befehle senden kann und die andrea war für meine begriffe die weltbeste golf lehrerin weil sie halt gesund unterrichtet strukturiert unterrichtet die hat dann 3d motorisches training entwickelt und dieses motorische training hat halt die aufgabe dass die bewegungen die teilbewegung geübt werden und die können jetzt präzise geübt werden golf ist ein präzisionssport ich habe nicht viel platz auf dem schlägerblatt damit der ball auf dem fairway oder auf dem grün landet also das sind spannende abläufe und das ist so immer unter dem deckmantel der gesundheit entstanden und da sind wir stolz dass wir weltweit nach unserer bewertung weltweit führen sind das heißt also wir kennen keine andere fach kein anderes fachbäber wähle ich es die eine eine methode als gesund bewertet es gibt ja auch nur zwei methoden wenn man methoden nach kann prinzipien unterscheiden ja und jetzt geht es halt an die golflehrer ran jetzt ist das nächste ziel dass wir golflehrer für vermehrt ausbilden damit golflehrer einen guten job auf der range machen und da bin ich mal sehr gespannt was da los ist da gibt es natürlich leute die halten am alten fest warum ist das erschließt sich mir nicht natürlich werden sie ein bisschen dazu erpresst aber gott es ist jedem seine eigene entscheidung und natürlich die entscheidung der gerichte und strafrechtsexperten ob man paddel ob man ein kind verletzt oder die gesundheit des kindes fördert bist du jemand der ist der kinder durch golf unterricht verletzt ich habe jetzt gerade wieder einen gesehen da unten in karlsruhe und habe das waren kurz auf der driving range dort haben gesehen was der unterrichtet ist körperverletzung also von der seite aus spannend und deswegen sind wir stolz und die ärzte sind da kompetenz und bei den ärzten geht es ja auch um qualitätssicherung also ein chirurg der jetzt ein kreuzband operiert der ist eigentlich klug beraten wenn er der wenn er einen golfer hat zu sagen du pass auf also alte methode überstrecken vom linken knie ist käse oder sondern wechsel die methode oder künstliche sprunggelenke kniegelenke hüftgelenke da sollte man sagen du pass auf alte methode mit 400 prozent scherkräften vom eigenen körpergewicht ist nicht gut für deine standzeiten standzeiten bedeutet die haltbarkeit von gelenken weil da entsteht auch abrieb und wir gehen unfassbar in die tiefe mit solchen sachen und da ist es spannende dieser abrieb der wandert irgendwann im hirn und führt verstopft die synapsen oder erzeugt chronische entzündungen kann man nachlesen beim deutschen krebsforschungsinstitut was chronische entzündungen bewirken nämlich mutationen von von den zellen also ich würde das nie machen in dem sinne ist es klug dass man sich weiterentwickelt und nicht reaktionär verhält und das ist spannend also core balance free release mehr power weil wir schärkräfte eliminieren bis zu 100 prozent wiederholbarkeit weil wir neurokognition 5d neurokognition umsetzen können bewegungssteuerung und wir haben den aller 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 schnellsten lernfortschritt im golf weil unsere methode einfacher ist 31 weniger teilbewegungen und sie ist strukturiert teilmethodisch erlernbar und wir wissen was wir tun ganz spannend wir haben jetzt ja wieder auch sehr intensiv in unseren kursen schwungtraining und da sind dann in drei tagen weißen sonderveranstaltung drei tage ungefähr 350 schwünge die wir ja analysieren das anstrengende für uns ist dass wir so im thema drin sind dass wir das mit analysieren und visualisieren und den schwung innerlich bei uns mit mit umsetzen und die verbesserungen sind unfassbar da haben wir jetzt bei einem schüler festgestellt dass er eine art early extension macht das heißt im rückschwung zieht er sich auf die ferse und dann ist er zu weit weg vom ball das hat ein bisschen gedauert aber wir haben es dann sehr sehr gut hinbekommen dann hat er sein seine vertikale gewicht hat er entsprechend verlagert das haben wir auch wegbekommen dann sie müssen vorstellen im alten system gibt es eine doppel rotation im linken arm also das passt dann nicht mehr und ist auch vollkommen die schwierigste teilfrequenz im alten system vollkommen perfide das ist also ein faktor neben im balance und unstrukturiert er so viel hohe fehler erzeugt ja und das ist für uns natürlich anstrengend das also das ist sehr sehr anstrengend aber super funktional und intensiv und wir wissen genau was wir korrigieren korrigieren müssen und da ist halt auch das motorische training ein ein kern und das ist harte arbeit das ist also wirklich harte arbeit für beide und für uns ist das tollste wenn dann der schüler irgendwann den perfekt touch macht und wir hatten schüler da geht es am ersten tag kein witz und jetzt hat es drei tage gedauert aber dann flogen die bälle zack 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 und jetzt geht es ja auch noch darum dass man mehr energie übernimmt und da haben wir ja und es gibt gab es im golfer oder nicht den sogenannten dreh abstoß entwickelt und daher generieren wir beschleunigen wir das becken mit den großen bein muskeln das gibt es im alten system da sprechen sie von gewichtstransfer also gewichtstransfer bedeutet im balance im balance bedeutet muskel blockaden muskel blockaden bedeutend ein entkoppeln von rotation sagt also 80 golf medical coach und da sind wir ich denke mal weltweit führen weil alles andere was wir in biomechanik das sehen ist halt pathologisch und halt unstrukturiert und ist also man kann komplexe sportarten nicht ganzheitlich unterrichten ich kenne keine sportart wie die komplex ist jetzt kugelstoß oder oder stab hochsprung oder hochsprung oder leicht also turnen die ganzheitlich unterrichtet wird also im turnen ist ja speziell da macht man jede bewegung teilmethodisch und da sind die teilmethodischen koordinaten klar definiert wie bei uns auch in dem sinne haben wir da vorsprung durch technik spannend und und golfmagazin hat ja jetzt wiederum zerletzungsgeschichten veröffentlicht und dann noch bernhard langer hat sich jetzt die achillessehne gerichtet vollkommen unnötige verletzung und da hat mir jetzt ein schüler gezeigt der mit ihm in der umkleidekabine war irgendwo ich habe es nicht verfolgt dass er von unten bis oben getippt wäre also die haben massivste probleme mit der alten methode deswegen keine schmerzmittel gesund golfen die gesundheit fördern heißt koop balance free release ich wünsche euch 80 veranstaltung sind wir super stolz drauf ich wünsche euch alles gute ich wünsche euch allen Vielen Dank.